Okay. Ah, das ist ja ein cooles Rätsel. Klappt das? Ja. Schade, das hat nicht geklappt. Kniffliger. Anscheinend kann ich bloß waagerecht und direkt diagonal verbinden. Theoretisch ja. Aber ich kann nicht drüber kreuzen. Ist das böse? Okay, das ist richtig. Das weiß ich. Eine andere Möglichkeit gibt es hier einfach nicht. Ich kann nirg... Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da habe ich eiskalt gelogen. Da runter, da rauf. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Genieus Shadow Strikes Again. Okay. Ähm, ja. Das kann ich da mit verbinden. Wenn ich da... Da, da... Da, da, da... Ja. Nein! Wie? Oh, shit. Da, da, da... Nein, das war falsch. Ich hatte es doch gerade... Lol, verflucht. Nein, ich hatte doch gerade die Lösung. Und ich habe sie schon wieder vergessen. Ah, bin ich blöd. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich bin dumm. Hey, ich bin dumm. Dummdi-dum. Elemental. Elemental. Boom. Headshot. Gut gemacht, Holmes. Ich weiß zwar nicht, warum Sie dieses Ding nach oben geschickt haben, aber ich kann es nehmen. Perfekt, Watson. Ja, und ich komme jetzt raus... Wie? Abgeschlossen. Tordern. Einen Metallstab. Abgeschlossen. Die Sicherung ist durchgebrannt und der Aufzug blockiert. Was ist denn da? Ich muss eine andere Möglichkeit finden, hier wieder heraus... Dieser verbogene Schlüssel muss einfach nur wieder gerade gebogen werden. Da haben wir doch was. Das könnte sich als nützlich erweisen. Steckt ein Schlüssel doch da rein. Das könnte sich als nützlich erweisen. Verbogene Schlüssel. Ich weiß doch, dass du ihn da gerade biegen kannst. Wie setzt man ihn bloß dort ein? Ich würde ihn da gerade biegen. Das könnte sich als nützlich... Ja, das würde sich's auch, wenn du es nutzen würdest. Lass mich nochmal raus. Das könnte sich als nützlich erweisen. Wenn du es nutzen würdest... Ja, durchaus. Das könnte sich als nützlich erweisen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ich weiß doch, dass ich das damit... Ach, da war doch gerade was anderes. Da war doch gerade was... Hm? Ah, da war doch gerade. Endlich, geht doch. So, jetzt brauche ich noch die Zange. Danke sehr. Jetzt nehmen. Finally, endlich. Ja, raus hier. Der geht bestimmt hier. Hoffentlich ist das wirklich der Schlüssel für diese Tür. Und nun, Holmes? Scheinbar. Ja, was nun? Hm. Hat er jetzt schon das Zeug aufgerufen? Nein. Okay. Das nehmen wir einfach mit. Ich bin Dr. Watson. Ich sag einfach, ich könnte es mitnehmen. Tu es aber nicht. Jetzt können wir bestimmt auch dieses Zeil da... Dieser Wagen scheint in einem guten... Ja, ja. Fehlen das Rad. Können wir hier... Der Metallstab... Dieser Wagen scheint in einem guten Zustand zu sein, abgesehen... Oh, sehen Sie. Sie belieben zu scherzen. Ja, ja, doch. Ich scherze immer. Nein, das kann ich nicht tun. Hm. Dieser Wagen scheint in einem guten Zustand zu sein, abgesehen. Hm. Puh, was gibt's denn hier noch? Vielleicht hab ich einfach irgendwas mit sehen. Oh, da ist ein Rad. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand, aber ich kann es... Der Bolzen klemmt. Hammer. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand, aber... Eisenstange. Haben Sie vor, Holmes. Ein neues Rad für diesen Wagen. Elementar. Aber was um alles in der Welt haben Sie vor, Holmes? Oh, fehlt da noch was? Rotzen. Na, Rotzen steht mir gar nicht im Weg. Dieser Stein hat das Rad blockiert. Aber jetzt. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Jetzt vielleicht die Holztrage? Sehen Sie. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Ja. Ich brauche etwas. Du brauchst etwas. Was haben wir denn? Oh. Sehen Sie. Wenn wir das Brett von dem Fenster entfernen, kommen wir hindurch. Aber dazu müssen wir erst nach oben gelangen. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Ich hoffe, diese Leiter hält mein Gewicht aus. Ich hoffe, diese Leiter hält mein Gewicht aus. Interessanter Begriff. Leiter. Ich brauche etwas. Ich habe noch eine Zange. Und los. Mein Gott, Holmes. Wo sind wir? Das müssen wir herausfinden, mein Freund. Diese Frau ist tot, Watson. Ja, seit einigen Tagen, Holmes. Aber der Körper ist perfekt konserviert. Kein Geruch. Keine erkennbaren Verwesungserscheinungen. Sehen Sie, Holmes, eine Plakette des London Hospitals. Es muss sich hierbei um eine der Leichen handeln, die aus dem London Hospital geschohlen wurden. Interessor. Hier gibt es viel. Glasaugen. In allen Farben und Formen. Echte Augen. Das sind echte Augen. Ein Behälter mit Zahlenschloss. Mal sehen, ob ich ihn aufkriege. Was muss ich denn hier bitteschön machen? Hier sind eine Zwei. Ja, gut. Ich bin toll. Ich habe eine Zwei. Kann ich das auch irgendwie ändern? Habe ich nur eine Zwei? Verdammt, was habe ich gemacht? Ah, da war eine 1, 0, 1. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Ich verstehe. Ich hoffe nur, dass es auch lösbar ist, so wie ich es mache. Also, dass es immer bloß eine Lösung gibt. Sonst werde ich irgendwann hängenbleiben und Pech haben. Das sieht ganz so aus, als wäre das jetzt schon der Moment. Oder? Ne, ich komme nicht mehr weiter. Nochmal von vorne. Ein Behälter mit Zahlenschloss. Warum gibt es hier eigentlich nichts? Ah, okay, das sind jetzt unterschiedliche Zahlen. Okay. Und schon bin ich wieder...